dieses zum kauf angebotene fünf zimmer ein familienhaus befindet sich in mezzanich das im jahr 1965 erbaute gebäude wird über eine zentralheizung beheizt das haus verfügt über einen parkplatz auf einer grundstücksfläche von circa 412 quadratmetern bietet das objekt eine wohnfläche von circa 130 quadratmetern das gebäude hat einen kaufpreis von 225.000 euro wir stehen ihnen gerne für weitere fragen zur verfügung ein 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 ein